Hallo, ich bin der Klaus Bachler. Ich bin im GT Masters mit Schütz Motorsport unterwegs und ich erkläre euch heute Unter- und Übersteuern. Also Untersteuern ist, man fährt in eine Kurve rein, der Radius wird größer, das heißt das Auto schiebt über die Vorderachse. Grund ist, man ist einfach zu schnell und übersteuern, da verliert man die Hinterachse. Das ist das, was wir Rennfahrer lieben, da muss man gegenlenken. Kontrolliertes Übersteuern ist auch das Drift genannt. Haben sie vielleicht auch schon mal gehabt, wenn sie auf der Straße irgendwo unterwegs sind, verlieren die Haftung auf der Hinterachse. Sie im normalen Autos haben sie Regelungssysteme, die Personen da helfen. Wir haben im GT Masters keine Systeme. Wir müssen uns selber das Auto wieder auf die Straße zurückbringen und das Auto wieder in kontrolliertem Zustand bringen. Danke.